Herzlich Willkommen zurück und wir reden gerade über Mädchen. Was ist denn bei dir da schon wieder los ey? Also, ähm... So, Abschluss bestätigt. Abschluss bestätigt, richtig. Auf welcher Map? Es wird immer besser. Oh ne! Kein Pott. What?! Was ist denn das für ein scheiß Name? Frost. Ich hab wieder so... Pott. Pott. Frost. Pott, Alter. Ey, die Maps werden immer dreckiger, ey. Ohne Scheiß, man. Die sollen mal richtige Maps machen, Alter. Die müssen schon scheiß Nuketown, Alter. Ey, die finden keinen Namen mehr, merkst du das? Ja, Alter. Ist echt so. Und die Maps werden auch immer noch dreckiger. Bald kommt noch Shit. Ah, ah. So, also, äh... Ach ne. Wir haben uns gerade drüber unterhalten, ganz kurz, ähm, da ist bei mir auch einige Mädchen zu gucken. Ich hatte ja meinen Minecraft-Server, der ist zu, weil waren nicht viele oben, ist ja auch klar so. Ähm, aber hat mir einfach Spaß gemacht, es waren den Sommerferien. Und, ähm, da haben sich paar Admins beworben und da mussten sie natürlich auch Geschlecht angeben. Und die Hälfte der Admins, die sich beworben haben, waren weiblich. Und deswegen hab ich so gedacht, what the fuck, Alter. Und ich red manchmal ein bisschen nicht so ganz so frauenfreundlich. Äh, es ist der Fi-Clan, Alter, der Fi-Clan, Alter. Der Watt-Clan. Fickt euch ihr Hacker von Commander Krieger. Ist das der Clan. Der hat gesagt, jeder der gegen Hacker in MB2 ist, macht sich F-E-I-H. Also fickt euch ihr Hacker in den Clan-Tag. Ach, da wollen wir das nächste Runde auch machen. Näh. Näh, ist klar, gut. Ich renne hier. Nein, Junge, ich hatte gerade ein Double, Alter. Du Missgeburt. So, wieder ein P7 hier. Ich wüsste gar nicht, warum ich jetzt nur Pistole hier mitgenommen habe. Fickt euch ihr Hacker. Ey, Junge, die haben Orbital, Alter. Escortronne, ja. Näh, was ist denn das? Guck mal, feindliche Drohne, Alter. Ja, nee, ich hab so keinen Bock mehr. So, ich kämp' jetzt. Nee, doch nicht. Alter! Na, sieh ja. Ey, Junge, die sind nur am fixen, Alter. Der Energy-Ding wirkt langsam. So, komm. Frost, ey. Ja, du kleiner Wichser, Alter. Nein! Was war das? Der heißt THC. THC. Die haben eine Escort-Drohne. Ja, nee, wirklich. Hinter dir? Also ich. Ja, ja, sicher. Ja, sicher. Ach, da. Ey, sollen wir rausgehen, oder? Nee, komm, ich. Der macht gleich sein Nuklear, Alter. Na, dann, na, okay, raus. Ist zwar irgendwie unfair, aber. Nee, das ist mir scheißegal, ob das unfair ist. Ohne scheiß. Sitzungsanschluss auch. Nee, ich bin noch ne... Du musst ja in der Party-Atmosphäre. Auf offen stellen. Nein, wir sind, wir sind ja in der Party. Nein. Doch. Jetzt nicht mehr. Okay. Komm rein. Ich kann der immer noch nicht joinen. Jetzt, aber. Doch. F9. So, warte, ich mach mir jetzt erst... Ich will mir jetzt erst mal ne gute Klasse machen. Alles klar, dann machen wir wieder Pause. Ey, das sind so kurze Folgen. Dann kann ich die auch jeden Tag raushauen, nicht jeden zweiten. Alles klar, wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Bis dann. Es wird immer besser. Ohne. Kein Pot, ey. POT! Was ist denn das für ein scheiß Name?